Jo Leute, ich bin's wieder, euer Picos EP und wir spielen APB Reloaded. Ja, wir haben immer noch die beiden hier am Start, den Flo und den Fixer Gang. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal gleich. So, im Gegner-Team haben wir noch gewiss, bei NHVR, Osmar... Ah, scheiße. Und Picos Lieblingswaffe, die LTR. Ey, das war mit gefährlich bei der Kostas, das war ein Tag. Das läuft in die falsche Richtung. Ja, das wollte ich gerade sagen. Oh, eben war der Punkt noch da. Ja, der wurde eingenommen. Ja, das habe ich nicht gemerkt. So. Ich will auch mal kurz gucken nach den Waffen, das stellt euch ja nicht, oder? Oh, die LTR ist schon eine schöne Waffe. Ja, habe ich die gerade nicht vorgesagt? Ja, ja. Ich muss bloß einfach nochmal sagen, dass die wirklich eine schöne Waffe ist. Ja, genau. Die Leute müssen es doch sehen. Ich meine, ich kann sagen, ja gut, ich kenne die, ich finde die schön, aber die anderen... Kannst du mal unter Waffen durchschicken. Ich hab nur aus. Ich hab einfach mal eben durchgefahren. Oh yeah. Traurig, steig aus. Warte, ich komm, ich helfe dir. Oh Gott. Weißer ich und Aiming. Ja, ich hab ihn trotzdem. Wählt ihr die Waffe? Direkt dahinter... Du hättest es gerade sehen müssen. Direkt dahinter stand noch einer und der schießt mich gerade um in dem Moment. Da waren sogar noch zwei. Siehst du mal. Soll ich mir helfen? Aber ich hab immerhin zwei gekriegt. Oh, Osma. Ne, drei. Oder Bazooka oder was? Drei hab ich schon gekriegt. Okay, und bist erster. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich mag. Weiße. Scheiße, ich bin tot, Alter. Okay, da hinten ist der immer noch. Falschein bekommen. Ich hab Falschein bekommen. Aha. Guck, 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 guck. Was? Wolle Aufnahme sagen. Ah, scheiße. Alter, was ist denn hier gerade wieder los? Ah, wir dauern. Ich hab ihn einmal getroffen. Okay, sauber. Ich hab ihn einmal getroffen, hab 19 Schaden gemacht. Ey, ey, ey. Ey, Pico's, kannst du mal bitte herkommen? Ja, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Hier. Deinen Monibox einfach machen, bitte. Ja, klar. Waffe wechseln. Ich dachte, die ist so okay. Ja, da muss man was erstmal zacken. Ja, ich hab schon vier Kids gemacht, die Runde jetzt. Ein Pico, es geht ab. Sag, wann ich fertig bin. Sag, sag, ja, sag Bescheid. Jetzt. Okay. Danke. Hast dir gerade den besten Spieler aufgehalten, ne? Ich hab gerade eine OP-Waffe rausgeholfen. Sniper. Wow. Direkt vor mir. Warte. Ah, ich hab den nur noch zweimal getroffen. D-d-d-d-d. Ja, was? Dreck mal kurz Wasser. Guten Appetit. Guten Hunger. Wasser und Brot, mehr bekommst nicht. Er ist halt nicht dein bester Spieler gerade, ne? Kann man nicht mehr erwarten. Okay. Boah, jetzt noch für die Waffe eine Magazinserweiterung. Das wär's echt. Kannst du dir holen? Ja, das muss ich mir echt holen. Die Waffe und dann mit Magazinserweiterung, das ist echt was ziemlich Geiles. Ich wurde gerade von hinten abgeschossen. Ich weiß nicht von wem. Angeschossen. Ja, das auch. Ja, komm. Okay, du rennst rein. Ah, er nimmt den Punkt. Über die andere Flanke. Er verkackt. Bösen. Links. Egal, können wir noch länger spielen. Wow. Ja, der war super besser. Ah, Mann. Ich bin da zum Glück nicht gestorben davon. Ja, bei mir, item. Bitte zu mir, item. Komm gleich. Ich will mir kurz den Barzooker-Typ. Da hast du. Papi. Da ist das schon drin. Da kommt ein Auto. Komm raus. Item bei mir. Du bekommst den, oder? Das ist schon down. Oh shit. Nein, nein, den anderen. Ja, okay, gut. Das ist das alte hier. Okay, das müssen die bekommen, oder was? Ich komme. Abbring. Den ist ein Sniper, alter. Kommt trotzdem. Shit. Ich habe leider gerade selber keine Sniper am Start. Die Waffe ist zwar nicht schlecht. Ich habe ja meine Waffe mit Mako-Zinser, aber er trank drei. Oh Mann, er hat mich gleich zweimal getroffen. Ich habe ihn auch dreimal, glaube ich, getroffen. Das heißt, er kann echt nicht mehr viel haben. Er kann nicht mehr viel haben. Nach fünf, sechs Schuss sind die weg. Ich habe auch eine Nackar-Waffe. Pikus, du musst ihn dir holen. Ja, Moment, ich muss erst mal neu spawnen. Wir können alle nichts machen. Achso, du bist tot. Scheiße. Shit. Hier, Muni. Nein, der ist immer noch nicht da. Aber der kann echt die ganze Zeit nicht mehr viel haben. Ich treffe den immer so dreimal oder sowas und dann sterbe ich. Warte, ich kann mich hinter dem spawnen lassen. Ich bin tot. Ich bin tot. Kommen wir auch das Sniper raus? Mach du es, dann haben wir so eine mittlere und eine Fernkampfwaffe und eine Nackampfwaffe. Das perfekte Team. Oh nee. Was war das denn für eine Granate? Die ist ganz normal hochgeflogen auf einmal. Und weiß und dann läuft er weiter. Ist das Item noch da? Nee, hat er gerade aufgesammelt. Gerade aufgesammelt von dem Typen. Merk dir welcher? Das war ein Clean. Das war der mit der Sniper. Ich weiß nicht, wie der hieß. Oder probier's. Wie heißen der? Ich guck mal. Kaya Club oder so. Der ist drin gegangen. Okay, den bekommen wir nicht mehr. Der ist jetzt schon weggedüst. Dann düsen wir mal hinterher. Und dann düsen, 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 in Sausewind. Oder irgendwie sowas. Nee, ich weiß gar nicht, wie das Lied ging. Aber egal. Ich irgendwie so, es ist düsen, düsen, düse, düsen, düsen, in Sausewind. Und kling, die liebe Mittel, oder diese Spiele. Aber ich kann es nicht mehr auf meinem Hinblick auf. Also da hinten, was soll ich denn bei dir hier? das hat den Nennen nur die Wurst hat Tüte auf Tüte auf Was geht's Wir müssen eigentlich gerade hin Was müssen wir denn gerade machen? Wir müssen mögen uns nicht Weil wir so gut sind oder was? Keine Ahnung Auch eine Rapp daraus könnte Ich finde es so lustig was die unten reinschreiben muss ich sagen Was ich immer gemerkt habe ich wird immer angeschrieben Wenn irgendjemand von APB das gerade liest Also ich weiß nicht ob jemand vom Support mal zuschaut oder sowas Ich meine immerhin bin ich auf der Startseite Wenn man nach APB Reloaded Deutsch sucht Bin ich auf der ersten Seite bei YouTube gleich mit 4 Videos am Start Von daher wäre es eventuell gar nicht so unwahrscheinlich Oh Granate, Granate, Granate Hilfe Hinter uns hinter uns Ausbau und alles Nein ich wurde weggesniped Ach du Scheiße Ja ok ich bin auch down Ne aber jedenfalls Da haut man die ganze Zeit mit der Ausbau rein Jedenfalls wenn das Leute da sehen vom Support oder sowas Mich würde es mal interessieren Ob sie die Leute dann gleich bannen Wenn sie hier mit Videomaterial sehen Was die Leute so die ganze Zeit schreiben Das würde mich echt mal interessieren Guck ich Ich verfahren keine Folge von APB Was ich immer durch gucke Oh man dieser Schöne Sniper Mensch Schöne Er spielt ja vernünftig Das muss man ihm ja sagen Das muss er ihm zurechnen Das ist bloß leider nicht einer Ja aber ich meine Sie spielen halt Er spielt halt gut ja Und das ist das Problem Das ist das Problem an der ganzen Sache Sound Bauen 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 Wesen Wesen Hilfe bei Tötungen Eine Idee Es ist Die anderen die Hecken Bauen die Alter Und will Und da hinten Und da ist so ein Bauenstern Ohach schon wieder vom Sniper getroffen worden Lauf weg! Wow! Übertrag's nicht! Jungs, ich laufe schon die ganze Zeit zickzack so her. Ey, ich... Ich will auch die Osma. Ey! Hat jetzt jemand von euch Sniper am Start eigentlich? Ich nicht. Ich kann euch nicht wegsehen. Ich habe keinen... Hast keine Box dabei? Oh. Oh. Okay, wo seid ihr gerade in der Nähe? Bei Sabbat oder bei Eva Orlando? Also ich spawn jetzt bei Sabbat. Bei Sabbat, ne? Weil die Sabbat... Die Sabbat ist ja ekelhaft. Bleh! Sabbat zu viel. Ekelhaft ist das. Ja, ja. Sabbat zu viel. So, ich würde sagen, weiter geht's, oder? Ich meine, ich habe jetzt ein Auto verhoben. Ich drücke mal schon mal K. Ich auch. Erst mal Sniper an. K für OK. K für Ready? Habt ihr das? K für OK. Ich finde es echt lustig, dass manche Leute noch OK mit K abkürzen. Ich meine, OK ist ja nicht schon kurz genug, oder so. Mach ich auch manchmal. So, einmal NHVR. Willst du jetzt noch einsteigen irgendwie, oder? Weil wir haben eine Mission. Mit Gegnern. Mit Missy Angel. Wir haben hier direkt dem Porsche irgendwas. Schnelles Auto da rein. Also, die haben schon mal drei, also drei Leute spielen mit goldenen Waffen. Goldenen Waffen, oder? NHVR haben wir am Start. Also NHVR. Ja, zweimal NHVR. Ja, zwei, drei Sniper. Na toll. Bin ich ja gut aufgehoben mit meiner Kampfwaffe. Scheiße. So kommst du jetzt eigentlich mal? Wieso ist er denn jetzt plötzlich da hinten eigentlich? Ich frage gerade die ganze Zeit nicht los, weil ich denke, er wäre auch aufsteigen. Und dann ist er plötzlich da hinten. Wie hat er das gemacht? Ich weiß nicht. Der kleine Hacker. Ja. Willst du es mir mal sagen, Antin? Aber jetzt haben wir auf jeden Fall immer hier schön schnell Missionen am Start. Muss man auch mal gerne sagen. Ich habe mich überfahren, Alter. So bewachen wir das am besten. Nein! Er hat mich überfahren. Er hat es geschafft. Ich ging da fest. Es war scheiße. Wow! Ich bin gerade mies gejumpt. Oh, der hat ihn gekriegt. Gut oder mies schlecht? Na, ich bin gerade so hoch geflogen, weißt du? Und ich stand auf dem Auto drauf. Und jemand anderes ist dann gegen das Auto vollgegen gefahren, weil er mich killen wollte. Aber dann sind wir beide nur so irgendwie 10 Meter hoch geflogen. Frash. Ich habe eigentlich doch gesagt, ich fahre doch alleine. Hat keiner gehört? Ja. Entweder hat der Mikro gerade wieder da rumgespackt oder wir haben es halt echt nicht gehört. Das kann ja auch mal passieren, dass man das nicht mitbekommt. Erhörig. So, meine lieben, froh, in dir der Natur. Ich bin jetzt gerade richtig im Voraus hier am Aufnehmen, ey. Ich glaube, jetzt ist Folge schon, Folge 81, müsste ich das jetzt schon sagen. Mhm. Und Folge 81 kommt, ich glaube irgendwie am, ich habe gar keinen Plan gerade, wann das kommt, die Folge. Also heute ist der Achtung. Ach, warum war es eigentlich nicht mitbekommt? Was mache ich nicht? Davor müssen wir gegen den Schubil an, das wird ihm bestimmt ein bisschen. Ah, hier sind wir als Sniper. Nicht hupen. Vielleicht sieht er dich da nicht, dann kann ich sie überfahren. Auch nicht schon wieder die alte Altschale. Ach, der sieht mich. Keine Sorge, der sieht mich. Ich bin die ganze Zeit mit ihm rumgefahren. Wieso spielen wir immer zu zweit? Ich meine, sie spielen halt einfach gut, das ist das echte Problem da dran. The real problem is that they play a good game. I scroll these. It's very interesting. Oh Gott, ist das ein schlechtes Englisch. Ich finde das super. Der ist bestimmt auch gar nicht irgendwie nervig oder so. Gut, gut. Da ist einer bei Bikos. Ja, okay, durch die Sinn. Ja, aber ich bin tot. Ich rechte dich. Ich habe nichts gesehen, weil alles voll war mit Rauch. Alter, warum kann keiner zu mehr? Alter, wie ist denn der drauf? Der hackt oder so. Wie ist denn der drauf? Holt der einfach schnell die Sniper raus und bam. Ja, der hackt. Wie hat er das gemacht? Das geht gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass er die ganze Zeit erst mal mit der Pistole drauf geschossen hat. Und dann hat er schnell quick sale, äh, quick sale, quick sale, quick change, change gemacht und dann Bahn. Man muss nur ein Personenschutz machen, denn es treibt einen, da ist das schon dauernd. Aber dann muss auch Glück, der hat halt keine, äh, er hat halt keine Dings. Äh, keine Scout, weil es so, also, der schießt dann irgendwo hin, der hat sich ja bewegt. Nein, ich glaube, ich habe dich gerade getroffen. Dich glaube ich auch. Oh Gott. Ich sage mal lieber nichts mehr gerade. Soll ich mich mal ganz kurz konzentrieren, so ein bisschen? Kannst du probieren. Okay, Leute, dann redet ihr jetzt und ich versuche mich mal zu konzentrieren. Warte mal auf mich. Oh Junge, du darfst fahren, Alter. Hilfe. Du musst doch warten. Ach, ich möchte fahren. Was hätte ich mit Sniper holt? Ja, er hat nicht mal die 2.3. Man muss sich entscheiden, parken oder fahren. Das war's, ein Überfahrer. Alter, aber wie viel, wie viel Schaden macht denn die Waffe, die der hat? Das ist nur so eine Zweitwaffe und dann schießt die zweimal auf das Auto drauf und dann ist kaputt. Wie sah die denn aus? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann's ja mal gucken, wer mich umgebracht hat. Lid im Mini. Kann man die Zweitwaffe sehen? Nein. Aber komm, ganz ehrlich, die spielt schon mit so einem Mitte, mit der ISSR. Als Hauptwaffe in irgendeiner speziellen Version. Oh, ich bin grad 400 Meter von euch weg. Ist das normal, dass von so weit weg gespawnt wird? Ich hab mich mit dem Spawns gehabt. Peace! Ich hab den hinteren angehüttet. Jawohl. Der andere ist... Ah, du bist tot. Okay. Na komm. Schnapp dir das Auto. Wo mein Ohr drückt sich hier langsam platt von am Headset. Ich müsste eigentlich mal jetzt das Headset mal wieder wechseln. Ich hab nicht umsonst hier mehrere rumliegen. Und er ist noch richtig... Weißt du, es ist eine vierspurige Straße und ich schaff's auf der Innenseite der Kurve irgendwo gegenzufahren. Ganz ehrlich, das schaff auch nur ich. Ich mach dir doch auch ganz gut Konkurrenz. Ich mach dir zum Bettel mit zum Goldenen beim Fahren. Die Creshen und sie gegenseitig sind und sie mir fest. Nein, ich wurde grad voll von nem Transporter abgelenkt hier. Ja, wir haben ihn. Oh, ich werd abgeschossen. War ich von hinten gesnipet? Hast du sowas? Boah, ich hab den ja schon irgendwie so zwei, dreimal getroffen. So, jetzt kannst du sehen, was hat der denn? Ne Desert Eagle oder was? Das ist doch ne Desert Eagle. Ja, das ist die Act 44. Ne Desert Eagle. Boah, ich muss grad eben mal ein Ohr frei machen. Sonst geht es noch kaputt, hab ich das Gefühl. So, wo können wir ihn spawnen? Da können wir spawnen. Moinsen. Bin direkt hinter dir. Hilfe. So, von hinten, von hinten, von hinten. Das ist, äh, Dings Flo. Sag doch einfach, dass du's bist, Flo. Kannst dich trotzdem in Sicherheit bringen. Er hat mich auch schon zweimal gekillt. Ich hab das Gefühl, das wird jetzt nicht gut ausgehen für uns. Granaten werfen. Aber besser als ich gerade. Bitte. Meine war grad nicht so produktiv. Au! Er tut uns töten. Ah! Shit, ey. Oh, und dann kommt er plötzlich um ne Ecke, ey. Wie geht denn es, dass da plötzlich ein Nahkämpfer hier um ne Ecke kommt? Finde ich jetzt nicht gut. Hätte er uns wenigstens mit dem Schwert kennen sollen. Ganz ehrlich, es fehlen hier schon so Nahkampfwaffen wie Messer oder sowas, ne? Ja, das wär geil. Muss man schon ehrlich sagen, das fehlt. Oh, der kann nicht mehr viel haben. Geht doch. Geht doch, den haben wir. Ich mein, die sehen oder so oder so, dass wir hier um die Ecke sind. Ja, was macht das da für einen Unterschied, ob wir jetzt hier noch langsam vorgehen oder nicht? Alter, ich bin so schade gerade drauf. Er wird jetzt nicht verrecken, ne? Ja, das gibt's echt nicht. Ich hab so scheiße gerade gespielt. Ey, Picos, boll mal bei mir. Boll mal bei mir. Wir können uns richtig gut verdämmen, Alter. Boll mal bei mir, Alter. Ich komm auch noch nicht hin. Irgendwo hin, wo die Sniper nicht so... ...do ich das mal nicht so gut zu nutzen, und da ist doch recht gute Deckung, Alter. Wir haben immer Künstler, da oben. Ja, das gut. Bicos, aber noch dein Auto, damit wir das brauchen können. Der ist mir schon dran vorbeigeworfen. Wenn man es richtig gut ist, bin ich. Keine Seite. Oh, wie kommt man hier hoch? Wie kommt man da? Pass auf, da ist ein Sniper. Die Entdeckung. Ja, genau, jetzt sannst du in dein Schuss fällt. Ey, ich hab euch verteidigt, ja? Lass mir das Leben gerettet, danke schön. Kein Problem. Ich bin immer wieder so ein richtiger Herzensbrecher. Alter. Aber komm wieder. Wir brauchen dich hier mit deiner Kumpfra. Und ich brauche Hilfe. Nein. So, Momentchen, Ladies. Gleich geht's wieder ab. Alter, die Hecken. Alter, die Hecken. Alter. Meinst du? Ein paar vielleicht, ja. Aber nicht alle. Bei den beiden Goldies kann es sein. Oh, schade. Das ist echt so anstrengend gerade. Vor allem die erste Runde ging richtig gut. Und dann kamen wieder so Pro-Gegner, weißt du? Mhm. Ich überlege gerade. Doch, wir waren aber bei der ersten Mission auch schon auf dem Waterfront. Das trägt, ne? Bei der allerersten, ja. Ja. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Lesbe-App-I-B-Reloaded. Also bis dahin, Leute. Auch da rein. Und ciao. Ciao.